Hammer, ich mach sowas einfach nicht. Oh krass, ich hab mir das einfach irgendwie anders vorgestellt. Könntest du mich bitte nach Hause fahren? Jetzt warte mal. Fass mich nicht an. Wenn ich aber einmal anderer Meinung war, so verheimlichte ich ihm das, denn es wäre ihm nicht recht gewesen. Ja, und dann kam ich zu dir ins Haus. Dann ging ich aus den Händen meines Vaters in die Deine über. Du richtetest alles nach deinem Geschmack ein. Und so bekam ich denselben Geschmack wie du. Oder ich bildete es mir nur ein, ich weiß es nicht mehr. Aber mir ist jetzt klar, dass ich hier wie eine Bettlerin gelebt habe. Nur von der Hand in den Mund. Ich lebte davon, dass ich dir Kunststücke vormachte. Das ist unsere Ehe gewesen, Torwald. Nein, glücklich. Glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020